Der Himmel erzittert und Donner halt, um die Ankunft dieser uralten Kreatur und den Anbruch wahrer Macht zu verkünden. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Acht Fakten über Slyther den Himmelsdrachen. Slyther der Himmelsdrache ist eine der Coverkarten der 2016er Megatins. Vom Battle Pack 2 kriegt der Giganten, der Millennium Box Gold Edition, die aber nur in Japan zum 20-jährigen Jubiläum des Mangas veröffentlicht wurde, und von der Speed Duel Battle City Box. Slyther der Himmelsdrache kommt im Artwork von drei weiteren Karten vor. In der wiederbelebte Himmelsgott, in Donnerschlagskraftangriff und in das ultimative Götterungeheuer. Die Karte Donnerschlagskraftangriff ist eine Anspielung auf den Angriffsnamen von Slyther im Yu-Gi-Oh! Anime und Manga. Jedoch ging das bei der deutschen Übersetzung leider etwas verloren. Auch die Karte Der wiederbelebte Himmelsgott ist eine Anspielung, und zwar auf die allerletzte Folge des Anime, wo sich Yugi mit Yami-Yugi alias dem Pharao alias Atem duelliert. Auf der Karte sieht man den schweigsamen Magier, was exakt die Situation während ihres Duells widerspiegelt, in der Slyther durch Monster-Reanimation wiederbeschworen wird, während sich der schweigsame Magier auf dem Spielfeld befindet, mit dem er schlussendlich im nächsten Zug das Duell für sich entscheidet. Kleiner Side-Fact am Rande. In der Karte Gravekeepers Engraving, die bis jetzt noch nicht im TCG erschienen ist, sieht man Slyther als Steingravur gemeinsam mit den beiden anderen ägyptischen Götterkarten. Slyther der Himmelsdrache hat zwei Gegenstücke. Einmal den Auslöscher des Bösen, was sich auch darin widerspiegelt, dass diese Karte 1000 Angriffspunkte für die Anzahl der Karten an einem bestimmten Ort erhält. Und dann noch Uriah, den Herr der reißenden Flammen. Im Anime haben beide Karten die gleiche Stufe, das gleiche Attribut, sind heilige Ungeheuer und haben einen roten Kartenrand. Allerdings wurden Attribut und Typ von Uriah bei der Veröffentlichung in Feuer und Pyro geändert. Nichtsdestotrotz haben beide starke physische Ähnlichkeiten, darunter die rote Farbgebung, einen schlangenartigen Körper mit Flügeln und zwei Münder, die Elementarangriffe abfahren können. Bei Slyther sind es Blitze, bei Uriah Flammen. Die illegale Version von Slyther dem Himmelsdrachen ist die einzige Karte mit rotem Rand und X-000-Angriff und Verteidigung. Slyther der Himmelsdrache ist die einzige der drei ägyptischen Götterkarten, dessen Name im TCG verändert wurde. Im Original heißt sie nämlich der Himmelsdrache von Osiris. Osiris galt dem alten Ägypten als der Gott des Jenseits, der Wiedergeburt, der Fruchtbarkeit und des Nils. Außerdem war er der Vater von Horus, wodurch man sagen könnte, dass Slyther quasi der Vater von Horus dem Schwarzflammendrachen ist. Aber woher kam jetzt der Name Slyther? Der kam von Roger Slyther, einem der Produzenten von 4Kids Entertainment, die den Anime für die Vereinigten Staaten lizenzierten und produzierten. In der japanischen Version des Anime waren die Originalversionen dieser Karte und der anderen ägyptischen Götter auf Englisch, hatten aber immer noch ihre japanischen Namen. Der Hintergrund im ersten Artwork von Slyther dem Himmelsdrachen wurde im Videospiel Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, das 2002 in Europa für die Playstation erschien, als eines der Wanddesigns der verbotenen Ruinen im Tal der Könige verwendet. Slyther und Yami-Yugi haben einen kurzen Auftritt im Manga von Bobo-Bo-Bo-Bo-Bo von Yoshio Savai, wo Yami als Trumpfkarte von Bobo-Bo agierte. Das Artwork stammte dabei direkt von Kazuki Takahashi. In der entsprechenden Episode des Anime wurde diese Szene jedoch nie veröffentlicht, da Toei Animation, die den Anime von Bobo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo produzierten, nicht mehr die Rechte an Yu-Gi-Oh! hatten. Kannte ihr diese Fakten von Slyther bereits oder kennt ihr noch weitere Fakten? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Das war's mit dem Video, ich sage wie immer vielen Dank fürs Zusehen und möge das Herz der Karten euch leiten. Das war's mit dem Video, ich sage wie immer die Fakten von Slytherin. Das war's mit dem Video, ich sage wie immer die Fakten von Slytherin. Das war's mit dem Video, ich sage wie immer die Fakten von Slytherin. Das war's mit dem Video, ich sage wie immer die Fakten von Slytherin. Das war's mit dem Video, ich sage wie immer die Fakten von Slytherin. Das war's mit dem Video, ich sage wie immer die Fakten von Slytherin. Das war's mit dem Video, ich sage wie immer die Fakten von Slytherin. Das war's mit dem Video, ich sage wie immer die Fakten von Slytherin. Das war's mit dem Video, ich sage wie immer die Fakten von Slytherin. Vielen Dank.